Mmmmm, Medloid Serplin hier, heute geht's mal darum, dass ich Abo gegen Abo einfach so ein dummes Konzept finde und zwar Warum zur Hölle gibt's so viele fucking Streams, wo Leute sagen, oh abonniere mich, dann abonniere ich dich So, was ist der fucking Vorteil? Das ist jemand, der dein Content wahrscheinlich nie wieder anschauen wird, der dich gerade abonniert hat So, was bringen dir 3 Millionen Abonnenten, wenn 3000 davon deine Videos schauen, so Ich verstehe den ganzen Sinn dahinter nicht, nur weil du viele Abonnenten hast, heißt das nicht, dass du berühmt bist So, ich hab auch schon irgendwie nur, wenn ich Glück hab, ein Drittel meiner Abonnenten, dass die mein Video schauen Naja, normalerweise so ein Sechstel ungefähr und das ist schon nicht wirklich mehr das Beste des Besten So, aber warum willst du diese Zahl so richtig niedrig machen, so Ist doch scheißegal, dass du 5000 Abos hast, wenn du nur 3 Aufrufe machst, so Ich check das nicht, so, für mich sollte ein Abo sein, hey, das sind Leute, die wollen mein Content sehen So, das ist auch der Grund, warum ich immer wieder fucking nochmal deabonniere mich, du scheiß Huren, so ein Schrei So, lieber hab ich irgendwelche Leute, die mich deabonnieren Weil sie den Content einfach nicht mehr feiern, als dass ich doch irgendwen hab, da einfach nur ein totes Abo ist, so Klar, die Zahl ist schön hoch, das ist toll und so Aber lieber ist die Zahl niedrig, aber repräsentiert dafür wirklich die Wahrheit, als dass da irgendwie eine hochgepuschte Zahl ist, so Was zum Fick? Ich verstehe es nicht, wie man darauf kommt, dass es irgendwie produktiv ist, dass man viele Abonnenten hat, aber dann diese Abonnenten nicht wirklich in deinen Videos interessiert sind Sondern nicht einfach nur abonniert haben, weil du sie abonniert hast, so Komplett fucking useless Das ist doch einfach komplett wertlos, wenn man so einen Scheiß macht Ich komm einfach nicht dahinter, was diese ganzen kleinen Kiddies damit erreichen wollen, wenn sie sagen Oh, ja, bitte, Abo gegen Abo So, reibst du dir irgendwie die Nippel drauf oder holst du dir darauf einen runter, dass du da eine hohe Zahl stehen hast So, ich verstehe den ganzen Sinn dahinter nicht Ich meine, klar, es ist cool, wenn man irgendwie ein paar Abonnenten bekommt, aber wenn die Abonnenten nicht verdient sind, so Ich verstehe den Sinn dahinter nicht Ich kann doch jetzt einfach nur der Kopf sein, der mich gerade übelstig Der mir gerade irgendwie nicht den Sinn dahinter zeigt Und ich bin einfach gerade der übelstige Idiot dafür, dass ich denke, dass das einfach dumm ist, aber naja In meinem Kopf wirkt es so wie die absolute Idiotenaktion, aber naja Ist auch eigentlich scheißegal Danke fürs Anheuern, ne Deabonnieren, desliken, entbimmelt die fucking Glocke und so, ne Nicht vergessen, bleibt toxisch und jetzt Brrrr, der fuhr, der fuhr, der Ding, aah